hey leute was geht ab hier ist der calvin und herzlich willkommen zu einer weiteren photoshop challenge wobei heute ist es eigentlich eine raw challenge aber mit dabei in photoshop ist der kamera raw also die die raw entwicklungs engine und die wollen wir uns heute mal anschauen und dazu gibt es eine challenge natürlich könntest du das auch mit lightroom machen du kannst es gerne auch mit lightroom testen was hier ganz wichtig ist du bekommst heute ausnahmsweise eine rohdatei von mir und noch mal der hinweis verwende diese rohdaten oder generell meine bilder nur für diese challenge nirgendwo veröffentlichen hochladen oder sonst etwas sorry ich muss da immer wieder darauf hinweisen ja was ist heute die aufgabe heute ist es die aufgabe möglichst viel aus einem ausgangsmaterial herauszuholen das ausgangsmaterial siehst du hier also so kam es aus der kamera wir hatten keinen blitz keine weiteren hilfsmittel vor ort also habe ich so fotografiert dass noch ein bisschen vielleicht was vom himmel zu sehen ist und sie ist ein bisschen zu dunkel und jetzt gilt mal so ein bisschen postkarten style hier möglichst viel rauszuholen das ist natürlich ein bisschen extrem aber es geht wirklich ums üben du siehst ja schon in der miniatur rechts was da alles möglich war und jetzt teste doch einfach mal deine raw entwicklungskenntnisse was für dich möglich ist bekomme ein möglichst ähnliches ergebnis hin wie ich es hier habe denk dran ich habe auch hier diesen roten bereich ja dezent reduziert auch wenn man das eigentlich eher in photoshop macht und es geht darum mehr blau da oben rein zu bekommen die belichtung anzupassen die tonwerte ja gibt dir mal mühe stoppe jetzt das video und schau dir dann erst die auflösung an also auf jeden fall mal selbst probieren ansonsten macht die challenge keinen sinn viel erfolg so dann schauen wir doch mal wie ich vorgegangen bin und dazu werde ich zuerst einmal hier ein neues smart objekt durch kopie erstellen so dass ich dir gleich den vorher nahrer vergleich zeigen kann und dann wechseln wir mit dem doppelklick hier in die raw engine und dann können wir eigentlich hier auch schon loslegen so hier ist natürlich der ganz große vorteil je besser du darüber bescheid weißt was hier jeder regler was hier jede funktion macht umso besser kannst du natürlich vorgehen solltest du nicht wissen was einer dieser regler macht ja dann eigene es dir an ansonsten fehlt dir ganz einfachen werkzeug das erste was ich natürlich versucht habe war möglichst viel zeichnung reinzubringen hier oben in die lichter habe ich die lichter hier nach unten gezogen und bin auch ein bisschen mit der belichtung runter gegangen und dann sieht man schon da kommt so ein bisschen blau wieder und hier die dunklen bereiche kann ich aufhören indem ich mit tiefen nach oben gehe oder eben die schwarz bereiche noch ein bisschen aufhelle so das war mein erster weg und dann habe ich halt festgestellt okay gerade hier oben der blaue himmel da fehlt noch ein bisschen was also nehme ich mir doch jetzt mal einen verlauf und ziehe mir hier jetzt schräg einen verlauf rein mit dem ich abdunkle das heißt hier mache ich einfach dunkler und dann kommt da schon wieder ein bisschen mehr blau zum vorschein ja und dann ist mir eingefallen moment mal blau gibt es doch auch im weiß abgleich also gehen wir hier einfach vom weiß abgleich hier ein bisschen nach links und dann haben wir hier auch mehr blau so das war der erste schritt bei der anderen seite also von unten bin ich nach oben gegangen und habe mir gedacht naja okay da dunkelst du jetzt nicht unbedingt ab und willst auch kein blau hinzufügen aber vielleicht so ein bisschen wärmer da kann man auch ein bisschen mehr grün vielleicht dazu geben das ist die möglichkeit die man hier von rechts bringen kann jetzt muss man aufpassen dass das motiv oder das modell in dem fall nicht zu dunkel wird und da habe ich mir gedacht okay dann nimmst du den radial filter mit dem kann man einen kreis aufziehen und dann wie so ein spotlight also mit dem doppelklick kannst du übrigens alle regler hier immer zurücksetzen und da kannst du wie so ein spotlight hier in der mitte so ein bisschen auffällen dass das sie nicht ganz so dunkel wird so und dann habe ich so ein bisschen dass das licht und die farben angepasst und dann siehst du natürlich im bild okay das ganze bild ist noch viel zu flau und seit einiger zeit gibt es hier einen tollen regler und zwar unter den effekten und der heißt dunst entfernen und dunst bedeutet ja nichts anderes als kontrast arm wenn du die neueste version von photoshop nicht hat dann hast dann musst du halt hier mit dem kontrast regler arbeiten und die helligkeit noch ein bisschen anpassen wenn du diesen effekte regler dunst entfernen hast dann kannst du hier nach oben gehen dieser regler hat einen nachteil und zwar verstärkt er die blautöne viel zu extrem was bei diesem bild aber wieder ein vorteil ist also gehen wir mal mit dem deutlich nach oben du siehst schon das blau wird kräftiger sie wird wieder ein bisschen dunkler und da können wir jetzt wieder mit der belichtung ein bisschen anpassen und die belichtung so ein klein wenig nach oben nehmen da gibt es hier und noch regler sättigung dynamik dynamik bedeutet zum beispiel dass nur die farben gesättigt werden die halt nicht so stark im bild gesättigt sind also damit erzielt man oft frischere und lebendigere ergebnisse wie wenn man sättigung hochzieht das sind die rot töne und du siehst es schon das modell das motiv ist extrem mit drin und hier würde ich jetzt eher den dynamik regler ein bisschen nach oben ziehen auch noch eine tolle sache der klarheit regler der ist ja eigentlich dafür da ein motiv rauer zu machen härter zu machen in dem fall kann ich nach links bewegen und dann fängt alles ein bisschen an zu glühen aber auch hier würde ich jetzt nicht unbedingt übertreiben ja und dann ist es eigentlich nur noch fine tuning aber du siehst jetzt schon was wir hier aus der aus aufnahme rausgeholt haben sollten jetzt die blautöne zu blau sein gehst du einfach in hsl grau stufen und hier kannst du zum beispiel die sättigung der blautöne hier wieder ein bisschen zurücknehmen du kannst auch den farbton des blautons vielleicht so ein bisschen ändern und dann so ein bisschen frischer machen ja und dann zieht das schon ganz ordentlich aus ich gehe gerne noch in die teiltonung gebe hier noch ein bisschen mehr wärme dazu dass es so ein bisschen mehr nach sommer aussieht und ja dann war da noch die linke untere ecke ja dass das entfernt man eigentlich ganz klar in photoshop für mich gibt es überhaupt keinen grund das in raw zu machen aber um es mal ganz kurz zu zeigen wir haben hier auch ein eine art reparatur pinsel den du auch in einen kopierstempel umwandeln kannst ich nehme jetzt mal die reparieren funktion und werde jetzt mal versuchen was wir hier also einigermaßen hinbekommen können das ist natürlich schrott das eigentlich hier in photoshop in 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 raw zu machen aber man kann es man kann es probieren also das macht wie gesagt für mich kaum sinn schauen wir mal naja 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 wie gesagt so etwas macht man eigentlich dann doch eher in photoshop aber wir schauen uns doch jetzt einfach mal das ergebnis an was wir jetzt hinbekommen haben allein mit der raw entwicklung und dann wird man schon sehen ja das sieht doch schon mal ganz gut aus ne also vorher nachher vorher nachher was man noch hätte machen können wäre vielleicht hier die ränder noch ein bisschen abdunkeln um noch so ein bisschen mehr fokus auf das motiv zu bekommen ja das wäre aber dann alles noch feinarbeit also das war mein raw workflow um richtig viel aus der aufnahme herauszuholen mein tipp lerne die werkzeuge die regler zu verstehen und macht wirklich nur das in raw was auch in raw sinn macht ansonsten wechsel zu photoshop und nutze da die werkzeuge also jede plattform bietet so seine vorteile viel spaß beim umsetzen so 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 so